Musik 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 und die in der Waffe sind, wie sie immer eine Ruhe von Luftblasen hinter sich her haben. Das heißt nicht, dass sie die ganze Zeit beim Tauchen aufatmen, sondern das ist die Luft, die in ihrem Fell gespeichert ist, fliegt durch den Wassertuch dann eben ein wenig wieder nach oben aus und dadurch fliehen sie eben die Luftblasen. Der erasische Schiff aus der Waffe bleibt sich durch die Fälle im Tierreich. Geräusche 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018